ein polizeiwagen ist beim adac molle herzlich willkommen zu einer neuen folge ja welche folge ist das hochblocks nutruf hamburg 110 part 2 ihr seht ja was letzte folge passiert ist wir haben polizeiwagen abgeschleppt was wir jetzt wieder machen ist dein bus komplett kaputt nein ja wort bei adac bitte du wirst es ich komme ja gleich sie können ja gerne mit folgen also dann hier stehen bleiben sie sind dass ich grundlos polizeiabschlepper ja ja mein bus auf ihren wagen pf kommt ruf an hat er bitte schön wenn wir auf ein date ich frage es erstmal warum ja dann können wir was geht das ähm dieses dieses sex abends ja warum muss es gesagt wenn ich allein aufnehme auch warum sagst du so witz das ja weil wir es nicht haben dann stellen sie sich mal ja weiter weiter stopp bis zu reichen für die drei meter oder oder bin ich erschrocken bis hier war davor stopp stopp nicht so toll stopp runter warte oh jetzt habe ich Angst wollen sie mich jetzt mal bitte abschleppen wenn das geht warte vielleicht wird da gleich transportiert okay so ich krieg Geld oh warte soll ich die polizei holen Hilfe bei ADCA nee ADAC wo ist der Typ hin äh ja der ist weg naja ihr Bus kann man nicht abschleppen da wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag Anna sie mir bitte ein bisschen Geld geben für die Restauration ich habe nicht so viel Geld guten Tag hier war ein Mädchen der hat uns abge abgeknallt ich glaube der glaubt uns nicht da machst du den Schaden noch größer mein Bus ist orange okay hast du gleich wie viel hat es gekostet die Reparatur 802 naja ich wurde gebläht ich habe wieder ihr seht ja wie gut ich fahren kann Leute ja fahren sie doch mal ich halte dass man nicht meine Cam sehen kann was schade dass man meine Cam nicht sehen kann naja wie meinst du das so dass man sehen kann was ich gerade mache ja ach ne was Polizei steckt fest Digga was hast du mit der Polizei zusammen 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 Sabrana naja naja komm hier mal zum Eisenbahn was komm mal zum Eisenbahn als wo die Schiene ist ich komme wo ist das nochmal guck mal auf der Karte ja warte ach das ist ganz unten bei der Tankstelle ey ich komme ich bin schon gerade in der Nähe ich wurde ich wurde geblitzt wegen 7 kmh ach du Gott das ist so schlimm hier ey lass uns sein Auto vom Zug überfahren oder von mir es kommt gerade gleich ein Zug äh Junge hör auf hä Digga warte bis das Zug kommt ne klassier dich hier dass der Zug euch überfährt Junge warum kann ich nicht überfahren Junge ich kann doch selber nichts dafür dann muss er sich vorbeiträgeln denn hier hab ich jetzt meinen Job verloren also ich muss wieder rufen ne Zugau ab was war alter der arme Polizist wir haben sie es Lunge geh mal weg warte der Polizist ist gerade am sterben der Polizist ist gerade am sterben der Polizist ist gerade am sterben ich muss sagen sie es Junge lass ich fahr mal der Bus weg ich hab dringend ich hab dringend eine Aufgabe dann holen steht jemand ach so ne das ist wieder los sonst muss ich die sonst muss ich die die Polizei verstärken holen Junge der Polizist braucht gleich nochmal Hilfe sag Polizist ich komme gleich mir ist ein Auto vorne reingefahren und dann bin ich reingestanden so soll ich es reparieren lassen soll ich es reparieren lassen Bus Digga Hilfe 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 Alter was habe ich was habe ich immer nur mit der Polizei zu tun was habe ich immer mit der Polizei zu tun sag ich kann jetzt länger leben ich kann jetzt länger leben das längste ich bin schnell ins Kopf über ich bin schnell ins Kopf Nein sag Polizist ich komme gleich ich bin gerade fast am sterben sorry aber jetzt muss ich durchbrettern ich bin fast am sterben Leute Junge ja wo ist schon die Polizei das ist hier durchpretter ich habe halt einen Unfall gehabt ich muss schnell weg ja mit dem Zug ja wegen dem Zug ich bin außer ich fahr raus und dann hat der Zug mich überfahren wieder einfach von meine Nase gefangen ist der polizist noch da mann ich wollte zurückgesetzt hat mal wie viel geld ich jetzt habe 14k darf ich dich besuchen bitte bleibt da okay dein papa holt dich ab du kannst ja nicht fahren du bist ja noch krank du kannst nicht fahren haben wir uns verstanden haben sie es verstanden ich hatte noch ein stau nein darfst du nicht wie geht es dir ja aber du fährst nicht da komme ich dich nichts mehr aber nicht mehr versuchen das möchte ich dir erst in eine eine halbe stunde also fahren sie mit mir mit ich weiß was ich mache polizist dann kann ich ihn festnehmen und schlägt aber wenn ich wenn ich keine sterne habe wie soll es denn gehen geht ja dann leider nicht ich habe leider oder mache ich feuerwehr ich dachte du fährst erstmal keinen bus mehr jetzt hast du dich selber verraten du wurdest geblitzt das habe ich gesehen ich glaube ich muss dich doch wieder festnehmen verzeiht dass ich meine verstärkung wiederholen doch wir kommen wir jetzt noch das ist jetzt eine sirene feuerwache ok hörst du meine sirene was sehe ich hier verstärkung kommt die verstärkung kommt ich weiß dass du im bus bist da habe ich keine munition wir kommen nach ich danke Danke, dass ich meinen Job weiterfahren machen kann. Von der wo ihr hinfährt, ist meine nächste Bushaltestelle. Ach, du bist eh weg. Du siehst, wo meine Bushaltestelle ist. Du siehst, wo meine Bushaltestelle ist. Gassen Tag habe ich ihn. Guten Tag! Verstärkung! Hallo, ich bin gerade im Wett. Ja, ja. Ja, Franz, lieber weiter. Ich habe gerade Halsschmerzen. Sorry, meine Stimme ist Kaiser. Ah, ja, okay. Hallo, ich bin gerade im Wettbewerb, ich bin gerade im Wettbewerb, ich bin gerade im Wettbewerb. Kannst du dich wollen? Danke, danke, dass du IQ von 21 hast. Ja, ich muss mal wieder struteln. Wollen wir zusammen tanken fahren? Lass mich durch. Okay, ich hole mal Verstärkung. Hallo, lass uns zusammen tanken. Ja, soll ich vorfahren? Darf ich vor? Ja, losfahren. Ey, wir müssen hier auch umdrehen. Das stimmt. Papa, wie viel Kammer darf man hier fahren, Sir? Äh, 50. Oh, nee, ich bin auf 22, sorry. Ich bin auf 49, Sir. Oh. Wie lange hier kein Blitzer ist, darfst du superschnell fahren. Äh, wo, wo sieht man Blitzer? Woran? Na, warte. Warte, wenn wir gleich einen sehen sollten, sag Bescheid. Tank erst mal, lieber. Komm hinter mir, bitte. Hä? Hallo, das ist meine Richtung rein. Das ist der Ausgang. Egal, ich gehe aus dem Ausgang rein und aus dem Rheingang raus. Soll ich dir zeigen, woran man die Blitzer sieht? Ja, warte kurz, ich muss jetzt weiterhaken. Mein Autopass 50 Liter rein. Meins neun und Dings. Neun und Dings. Woran sieht man denn jetzt Blitzer auch? Warte, folgt mir gleich. Das ist die Rausfahrtstelle und das... Boah, nimm gleich noch alles mit. Hupst du auf? Ja. Hupst du auf? Warte, langsam fahren. Warum? Letzter? Ja, hier sind die. Warte, halt an. Ach, diese schwarzen Pümpeldinger. Pümpel, ja. Ey. Wer nur 15 kaum hat. Hier, das, das hier, das zählt nur für hier die Seite und für die andere Seite zählt der hier. Der zählt für hier jetzt. Kann ich den nicht kaputt machen? Hast du eine Sterne? Na. Willst du mich nicht schlagen? Nicht, nicht. Komm mit. Das ist eine Entführung. Du musst ja noch mehr. Du kannst ja noch mehr machen. Mach, du hilfst mir. Ja. Egal. Kommst du? Denk dran, wir haben kein HDRC mehr, Leute. Da. Oder noch zwei. Anhalten hier. Digga, soll ich die HDRC vollkommen reinholen? Warte, wollen wir ein Rennen machen? Nee. Los, mach. Auch ein paar Hörs noch? Ich mach's sogar von hier. Los, gib schon mal Gas. Warte, warte, warte. Hier ist was. Ist ne Ratte, meinst du mal? Was? Ne Ratte? Ja, mein Haustier. Hast du etwa nie keine Ratte? Nö. Warum nicht? Auch keins. Los, gib Gas. Sonst muss ich die von hinten schieben. Warte kurz, ich muss doch kurz abschicken. Hallo. Hallo. Wohin fahren wir denn? Folg mir. Warte. Ihr links. Komplett link. Da wird ADAC geschrieben. Wollen wir beide da? Soll ich ADAC machen? Wenn sie kommen. Ich bin ein ADAC. Okay, ich brauche einen. Oh, das schießt sich ab. Tschüss. Komm hin, doch mir her. Hallo, Sir. Ich liebe dich. Herr Busfahrer. Herr Busfahrer. Ja? Kommen Sie bitte zur Polizeiwache. Ich habe Job verloren. Warum? Ich habe gekündigt. Ich werde auch Busfahrer. Weißt du, was ich jetzt mache? Was austrauben. Was denn? Die Bank. Ja, du musst dich normalen Job machen. Was? Gar keinen Job darf ich haben. Genau. Ich kaufe mir Pappen. Oh, ich habe drei Bomben gekauft. Gibst du mir denn eine? Äh, geht nicht zu geben. Ich komme dann gleich zum Handel. Mann, ich stücke. Was ist diese kleine? Warte. Warte, weg. Bist du das? Ja. Dann kannst du mich bitte zu meiner Firma fahren? Ja. Die Firma ist eine kleine. Oh ja, ADAC-RAM. Ah, kass. Oh, das war mein ADAC. Oh. Warte, weg. Und da stehen auch die Schäler dran, wie viel du fahren darfst. Ja, aber wenn... Oh. Soll ich Feuerwehr holen, oder? Kommen Sie. Die kommen schon. Ich schicke einfach... Ich habe abgeschickt. Junge, der ist aber laut. Zack, ich wurde geblitzt. Wurdest du? Ja. Das Gold ist für mehr. Sag mir nein. Wir uns beide gehört, das Gold. Äh, äh. Ich brauch das Geld. Ich brauch das mehr. Du darfst aber dann Jungen mit Lea... Äh, hier. Machen. Ich mach die Bank, du... Dann die Jubiläer. Nee, lass uns bitte beides machen. Beides gleichzeitig. Hä? Wie viel Geld hast du? 8000. Durch die drei Bomben habe ich es ja gekauft. Ich hab 6.099. Oh, passt zum geraden Zahl. Soll ich die Polizei rammen? Und jetzt kommen lieber niemanden mehr. Ich hab eh ja Sterne. Äh, ja. Die wollen wir hier durchkommen. Ja, da rum. Na, komm, dich nehmen wir auch nochmal mit. Ey, das war meiner. Die muss aufgefallen. Er hatte dein Auto. Ja. Hier ist 100. Hier ist 100. Hier ist jetzt eine 50 erlaubt. Und da musst du ja auch eine 50 fahren. Was ist denn hier ein Glitzer? Ja, hier gibt's erstmal keine mehr. Die Fahrt ist so schnell wie du kannst. Ich glaub, wenn ich ein Glitzer sehe. Ich fang an. Du pass auf, okay? Wir beide machen. Boah, ey. Nee, ich passe auf, dass erstmal... Da fahr ich zu Jubiläer. Mano, ich dachte, wir werden befreundet. Also, der Sack geht hier mehr aufs Sack. Ah, ich dachte, wir sind befreundet. Ich bin zum Rumpen-Wending. Fahr mich zum Baum. Also, da, wo der Typ ist. Ah. Ich fahr einmal im Kreis. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Ja. Danke für Bescheid, Sacken. Hier kannst du ausrauben. Ja, komm, lass uns beide warten. Geh weg! Soll ich eine Bombe zünden? Für was denn? Ich bin doch eh nicht. Ah! Die, die Wolken sind da! Warum man gibt es da? Der verfolgt mich! Der kommt jetzt zu dir. Nee, kommt er nicht. Der Loser. Ah, da wohnt er! Mach es! Ach, kann man doch! Oh, oh, wir dringern eine Folge! Ja! Wie gesagt, der Katja muss das Piepen! Piep! Ja, aber, ähm, bist du auch im Gefängnis? Nö! Trink ich die Juwelen dann? Trink ich trotzdem noch? Ich habe keine Juwelen! Ah! Wie, komm! Ich wollte Bank ausrauben, aber ging nicht! Soll ich zur Gefängnis kommen? Ja! Ach, Mann, Mann, Mann! Lass mal alles den Profi lieber machen! Lass uns beide jetzt die Bank ausrauben! Wir beide, okay? Jo, ich fahre, ich fahre ordentlich! Wir fahre weiter zur Bank! Ich darf keinen Unfall bauen! Rate mal, was dann passiert! Was denn? Da ist mein Auto kaputt! Wie lange musst du noch ins Gefängnis bleiben? Eine Minute und zehn Sekunden! Eine Minute und sechs Sekunden! Junge, da verfolgt mich! Schaffst du es ohne mich? Hallo? Schaffst du das ohne mich? Tag, das ist mir. Tag, was dann ging, ist er als ein ... Osterkiste und das Mutter? Her ist mir sehr, 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 sehr beruf! Tag, was dann? Tag, dass ich so viel verbekommen habe! Tag, was dann, was dann ihr auch. Tag, was dann Prifaziert, was dann ist es. Tag, ich bin, werfe oder so viel, sehr, 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 sehr. Tag, wenn sie mir draußen, dann steht, was dann ein paar Fahrzeuge. Tag, auf und dann geht es dir. Tag, dass es mir am Partner um. Tag, wo dann geht es dir? Tag, wo dann geht es dir? ich kann der junge deiner hat mich festgeballert wahrscheinlich bin ich jetzt auch im gefängnis ja ich habe erst mal kurz verlassen und jetzt kommt ich komme aber wieder ein junger erst kommt nutruf hamburg dann hier fürst blablabla wie das meist ja war ich bin im gefängnis wusste ich habe nur eine bank ausgeraubt ohne volk so bieb 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 ich werde jetzt normales gefängnis geschmackt ich gehe jetzt raus und wieder rein ja schön für dich also wir sind schon wieder bei 30 minuten aufnahme ja ich bin ein gefängnis ist ein kleiner bisch rauf piepen moin wie lange musst du sitzen ich muss drei minuten sitzen und du 1 minuten und 29 minuten Awww... Du tuk tu! Äh... Junge... Was? 10 bis 10, wir spielen halt den Steak 1. Okay... Hier kann man sich fast gar nicht stecken! Salz... 7... 8... 9... 10... Hm... Lass es ne andere Map spielen, dass wir so heßig bestecken können. Hallo! Ab dich! Ha! Huah! Nein, ich bleib hier drinnen. Du gibst meine Map mal. Oh Leute, also... Also Leute, das war's mit einem schönen Video. Das war's jetzt, lasst einen wunderschönen Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal!